Kommen Leute zu einer neuen Folge Playroll Bless Online Ich erstelle wieder einen neuen Charakter Warum tue ich das? Weil ich das Spiel eigentlich nicht durchspielen will Weil es mir sehr gefällt Deswegen probiere ich alle Charakter ein wenig aus Damit ich mich später nicht mehr entscheiden muss So, was nehmen wir denn jetzt? Assassine und die Mage haben wir schon gespielt Besserger, Guardian, Ranger, Paladin Wir nehmen mal den Ranger Was ist besser? Ranger sein Voll die laute Musik Voll die laute Musik Geht oben, breit weg Weiblicher Moskuh Das sieht ja nicht so aus Da bin ich aber fadlich Ich weiß nicht, ich hab's doch nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist ja schon ein Mälchen Ein kleines Häschen Häschen, wo alle Gefällt mir alles nicht so Doch ich bin mir zumindest Das ist ja schon ein Mälchen Ich hoffe, das ist nicht okay Ich weiß nicht Das passt doch nicht Das ist halt Das ist halt Ja, das ist halt Das ist ja Das ist ja rasend Maske Folgendes 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 Ne Folgendes 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 So, krass, voll der Jäger. Bin ich mal gespannt. Übrigens haben die schon wieder gepatcht. Es dauert ewig, von Korea, das zu laden. Oh, nach dem Patch sind alle englischen Übersetzungen wieder weg. Da muss man auch wieder ein bisschen rumfummeln. Sonst checkt man gar nichts mehr. Wo ist das denn? Was ist das denn? Leck wieder mal wieder, ja. Man fang mal. Lieber. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh. Böse Kiefer. Böse Kiefer. Böse Kiefer. Was? Alle tötet ihn. ein instant zauber habe ich auf zwei und dann muss ich auto der böse was kiefer alles klar was kollegang gekommen Ah, ehrlich gesagt, okay leider, in Sherlock Holmes war das. Oh, ich finde auch cool, dass jeder anders anfängt. Und wenn die Geschichte auch so ausgebaut ist. Aha. Ah, ein Übersetzungsfehler oder so. Okay. Okay. Ich muss den Fahrstuhl nehmen, um wieder runterzufahren. Ich muss den Fahrstuhl nehmen. Oh, da muss man ruhig warten. Boah, ich glaub hier die Sound-Einstellung ist durch den Patch wieder weg. Ja, ja. Musik. Ich mach keinen Weg. Schmisch Kette. So. Das geht ja wieder mal. Was für muss man hier hin? Run. Ah, die macht bei Shift eine Rolle rückwärts. Mal was ganz anderes. Gut zu wissen. Ist auch besser für den Bogenschützen rückwärts Rolle. So, jetzt muss ich hier mit den ganzen blauen Reden. Ich muss mich hier vorstellen. Ich krieg Klamotten. Oh. Oh, ich glaub leichte Rüstung habe ich nicht. Oder mittlere. Keine. Ich muss mich nicht. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh. What a trap man! Boom! Level 2! Das ist doch nicht der ist da oben. Hochlatsch oder was? Hier in der Leiter hochlatsch. Ah, da läuft hier ganz drauf. Rehmann! So, jetzt muss ich der Hauptquest wieder folgen, weil die hab ich abgegeben. Oh, laufen wir mal hin. Früher aufgebaut hier schon wieder. Krass. Von einer Seite zur anderen fahren. Sehr schön. Sehr schöne Stadt. Die kleinen... Wie heiße ich nochmal? Die kleinen Häschen hier. Irgendwas mit M. Die haben hier eine Technologiestadt aufgebaut. Kleine Hexer sind das. Alles klar. Ich soll da irgendwas reparieren oder so. Manchmal sind hier auch die englischen Übersetzungen total krass. Das ist der andere Fall. Aber da muss man einfach hingehen und gucken. Da kommt der Unterjob. Das ist doch so. Silver. Neben Quest... Silver sagt ich soll... Ich bin verwirrt, irgendeine Quest habe ich gefehlt, wahrscheinlich weil ich da was aussuchen musste, was ich gemacht habe. Gehe ich gleich nochmal hin. Hier ist die Haupt-Quest wieder. Achso, den Typen sollte ich nur finden. Achso, hier muss ich draußen diese Kiefer töten. So, nochmal hier. Trap, voll am feinsten. Wow, gleich 20 Dinger auf einmal, ey. Und dann locken wir den mal in die Trap. Voll heftig, ey. Aber 6 Sekunden Cooldown. Das ist lang. Beim Bogenschützen muss man aber danach Autoshot irgendwie benutzen. Das ist irgendwie komisch. Aber... Ach, dann geht es erst dann, ich sehe es. Ich kriege erstmal Autoshot. Ich kann, wie wir sehen, wie ich weiß. Bis zum Beispiel. Ich kann, wie ich sehen. Wie ich sehen, wird dort fahren. Das ist einfach so gut. Ich habe den Job jetzt nicht mehr zu sehen. Und dann, wenn ich hier rausãoskiereine Kochen rausge, die Zahl aus sich nicht zu tun. Ich habe damit gesehen, wie ich hier in der Hauptfläche. Ganz da, wie ich dabei so damned! Das ist, was ich auf der Straße? So, jetzt die Kisten aufheben. GameStringShedPrefix. Ist irgendwas falsch übersetzt. Voll den Gamefehler jetzt. Oh, voll die fiesen Ratten, ey. Ja, BAM, seid ihr voll jetzt eingeschossen. Hier sind die Trapen, ne? Voll fies. Vergessen aufzuheben. So, jetzt hat's gedongelt. Das heißt, die Kisten ist fertig. Jetzt in dem Lamp2B. Da, so schossen. Thanks, thanks. Jetzt muss ich hier wieder mit Sherlock Holmes drehen. Kaka-free. Kaka-free. Sehr geil. So, ich folgen. Kaka-free. Willkommen, ey. Ops. Ah, I'm level 3, ey. So, Nina. I like my land and got some cram. Shit, was ist das? Right, two. Zack. Das kann er denn hier. Aha. Das ist also so ein kurzer Damage-Boost-Buff. Für relativ viele Skills auf einmal. Und dann generell 25% mehr Boomschaden dazu. Und dann muss ich bemerksam. Oh, das ist jetzt so ein kurzer Damage-Boost. Okay. Das muss uns dauern, dass es so lange dauert. Jetzt muss ich hier in die Höhle des Bösen. Popokos. Das ist natürlich ein Popokos hier. Deswegen hat er aber so eine Maske auf. Ich schau mal nur durch, oder was? Ah, hier ist das Wasser. Wastewater! Abwasser! Boah, krass, kommt da so ein Abwasser-Monstervieh hier. MechWarrior. Ich muss die Killen jetzt. Wenn ich meine Falle, spring zurück. Und dann schießen wir hier in den Bad. Spielen wir nochmal zurück. Ultraskill. Hallo. Okay. Das muss man den meisten vorher zünden. Das ist natürlich schlecht. Einfach weiter attackiert und dann war es zu viel. Aber noch andere Fächer. Aber noch andere Fächer. Ja, muss ich ihn initiieren. Ja, Restart. Restart. Restartus, Questus. Ich muss hier mal was von Amo nehmen hier. Keinen Platz, kein gar nichts. So. Krass, wir hängen auf. So. 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 Gehen die mir so eine harte Quest hier. Ja, das war ja... Verstehe. Darf nicht zu weit mit dem Wächter. Und dann restarten wir mal wieder. Jetzt mal reggen. Ja, den ganzen Quatsch hier mal aufzuhauen. Haben die denn so hart gemacht, ey? Dass der erstmal anders belegt. Combat. Action Bar. Quorskill. So. So. Schön auf die Maus. Kann man nicht auf die Maus legen. Was ist das denn? Die Mausfehler nicht unterstützt hier. Ah. Ich hab noch ne andere Maustaste. Belegt. So. Dann hau ich gleich mal so ab. Verstehe. Da muss man scheinbar ein bisschen mehr rum springen geworden. Ah. Ist so ein Springmeister. Wastewater. Wastewater Monster haben wir getötet. Jetzt ist das Abwasser wieder sauber. Hehehe. Kann wieder benutzt werden. Dann nehmen wir jetzt den Popokurs das Ganze ab. Ja. Krass. Ich weiß. Schwierig hier im Leben. So. Ich hab eine neue Technik gelernt. Aha. Passiv. Was ist das? Was war das? Ich hab nicht gelesen. Irgendwas. 5%. 5%. 5%. Geschwindigkeit. Oder keine Ahnung. Wenn ihr koreanisch könnt, dann sagt mir Bescheid, was da 5% ist. Was ist hier oben? Irgendwo. Zeig der mir. Ja. Folgende Hauptquiz. Ah. Die muss ich reden. Das ist ein Kokoa Workman. Das ist ein Kokoa Workman. Schlimeis. Slimeiis. Slimeer! Das ist hier ... ... ein Researcher. Wissenschaftlich. Einfach erstmal alle ... Nebenquesten hier annehmen, Hauptquesten und dann alle machen. Keine Ahnung, woher ist alles hier so mehrstufig aufgebaut, die Minimap hilft einem hier nicht so viel. Ah, mit dem soll ich noch mal reden. Ich muss da hoch, wenn er schon hier steht. Klingt logisch. Das Cash. Ui, jeder ist hoch nach oben. Hier runterjumpen, glaube ich nicht gut. Jetzt zum nächsten Latschen. Alle kennenlernen hier. Gehen wir mal zur Gondel. Alles cool gemacht hier. Auch hier mit den Löchern zwischen. Gondel ist sogar Style. Nicht irgendein Billigkrab. Schön Leder und Velour und alle. Alcantara. Gondel. Ui, ui, ui. Nicht so hoch. Springen. Känguru. Ne, hier ist ein Springer auf der Pulsung. Level 4. So schnell geht er. Und jetzt? Neu. Von da sind wir gekommen. Ich muss mal Leuten nach da noch mal. Ding. Gucken wir mal woher. Ding. Distance Jump. Alles klar. Und wenn man da ins Abwasser springt, dann überlebt man glaube ich. Ah ja. Kraftwerk. Das Kraftwerk von denen. Zack. Abkürzung. Wie? Sollte ich gar nicht hin. Was ist denn? Zurück. Gehen wir mal wieder zurück. Ah. Ein bisschen verwendet die Stadt. Muss man erstmal kennenlernen. Kenn-lernorn. Ah, hier unten ist schon die zwei. Da muss ich dann hin. Neun. Habe ich denn hier noch einen Fallschirm? Haben die nicht noch einen Fallschirm? Mal. Ich soll hier sein. Nur ganz oben. Soll ich die Schlamis hin kennen. Soll ich die researchen oder was? Irgendwas. Ich glaube ich muss sie einfach killen. Das ist glaube ich nicht gerade. Sei da! Dass davor nicht so ein Zeichen war. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Klemmelow. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Aber natürlich. Jetzt zu Mr. Research. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Das ist ganz klar. Ich bin verwirrt. Was? Oh ja. Der hat ne schöne Frisur. Was mit dem? Der sagt, dass er so ne Käfer hier töten. Machen wir das. Was? 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 Dann fahren wir die jetzt mal. Fahren wir die mal ab. So Leute, wenn man euch das Video gefallen hat, dann subscribt doch einfach mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.